Risen Zero Dawn Och, ein Läufer Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten Oh, da war es dann lang Dann am Motorrad Es tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss Okay. Ich muss in die Richtung, sagt es mir einer. Ich muss in die Richtung, sagt es mir, sagt es mir. Hi. Ich bin der Schlünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr Folgen. Hilfst du mir suchen? Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihrer Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt, zieh mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte. Hilf mir bei dieser Sache. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bringen sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Aber das ist doch erst das, als erst das. Und dann? Und dann liegt es? Und dann liegt es? Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Ich kann nicht runter. Hilfe! Danke, dass du mich von diesen Maschinen gerettet hast. Kann ich kurz mit dir reden? Ja, ja, klar. Ich warte immer mit Ruhe hier. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will... er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Och, danke. Du bist dein Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte. Gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Wo? Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, so, okay. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Mutters Wiege. Oh Gott, das wird eigentlich zurückzulaufen sein. Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Ich sollte drüben nachsehen. Oh Gott, wo flüttend er uns hin? So, jetzt hole ich mir den Speer. Oh Gott. 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 Was ist das? Soll ich hier nicht zum Muppen gehen? Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurück zu haben. Er wird froh sein, sie zurück zu kommen. Mmh-hm-hm. Dann werde ich nachher doch ein bisschen öffleihen, dann noch ein bisschen auf die Jagd gehen und ein paar von den Feiertagen herstellen, die ganzen Praialien, aber das ist doch ein bisschen verbrochen. Da ist halt unten das Zilz hier. Da ist noch einiges zu holen. Naja. Aber was soll's. Ich komm schon, da hat noch solch keine Sorge. Ja, ja. Ja. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. Dankeschön. Oh. Das heißt, ich kann... Nein, muss ich nicht fertig haben. Ah, da. Ah. Einen. Oh, cool. Das ist... Das ist schon treffach. Doppelschuss. Dreifachschuss. Oh, haha. Und das ist... Das ist... Oh, schnelles Heilen. Geil. Okay. Sammler. Nix mit Jäger. Sammler. Wir gehen auf Sammler. Wir gehen auf Sammler. Wir können danach immer noch da drauf gehen, aber... Ganz ehrlich, wir gehen auf Sammler. Das ist um einiges besser. Gut, damit ist auch noch ein bisschen das Jäger, aber... Pistole. Ja, ein Lego. Wie machen wir das? Wir gehen auf das hier. Und dann machen wir das hier. Ey, keine Sammler. Aber das ist doch noch. Ja. 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 ich kann nicht nur die 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 auf sammler weil ich hab's gesehen das ist sehr lecker das können wir immer noch machen das was uns taugt aber wir gehen auf alles was wir sammeln weil rohstoffe ich hab's gesehen wie ich mich anstelle ich stelle mich schlimmer jedenfalls rohstoffe und metall das wollen wir eher her dann kann man auch das dann machen wir das andere aber die zwei sind das erste sachen wenn ich drei punkte habe markt ist das erstes finde aber keine als mein name gegen den berg flog hast du ihn nicht zurückgeschickt du hast ihn im herzen behalten ich weiß auch wenn mein bauch und meine hände leer sind bin ich sicher in deinem becken katholten hallo gratter uhrmutter seit meiner verbannung wenn ich nicht so beständig gewesen wie ein fluss war ich nicht standhaft wie ein stein sei mir gnädig uhrmutter und sorge erneut für mich freudig gratter wieder einmal beschert die uhrmutter der kaninchen uhrmutter deine stimme peitscht wie ferner don ich höre die klage lieder uhrmutter ich würde einstimmen aber war meine gebetsperlen am östlichen ausblick vergessen warte in deinem lager auf mich gerade ich tue was ich kann da ja in deiner geasse begibt sich zu spitz des ausblicks da gibt es einen ausblick wo cool ich nicht äh 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 das geht ganz schön schnell ja ja springt das heißt ja gut spring nicht aber rennen renn japan ja japan des es kann schon viel du so das finde ich nicht papers es kann schon viel zu du wirst mir sicher noch nützlich sein du wirst mir sicher noch nützlich sein es wird mir sicher noch nützlich sein nicht jetzt ich habe schon geahnt dass es schneien würde der krieger fahrt durch die felsen ist in der nähe schau mal nimm doch mal her boah schick, aber ich habe vielleicht einen schaden krater mag fromm sein aber es braucht starke arme um schnell zum ausblick zu gelangen so Oh Gott, da muss ich da hoch. Wie geht's da hoch? Ach, da geht's hoch. Oh, scheiße. Ja, ja. Tja. Sieht interessant aus. Aha, Gratas Gebetsperl. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Oh, schauen wir uns ab. Yay. Geil. Dann möchte ich noch mal. Hat gut ausgeschaut. Holger, kriegen wir das für grad? Da, da geht's ja gar nicht lang, da geht's ja gar nicht lang. Da geht's gar nicht lang. Ich muss da hinten runter. Oh Gott. Oh Gott. Das war's. Zeige auf einen Streuch. Was werd ich noch brauchen? Das war's. 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 Das war's.